und da sind wir wieder mit einer neuen runde und Timo ist immer noch dabei ich bin Timotheus was erzählt er mir da mein voller name ist Timotheus warte Pfeile in einem Fass ablegen ok wo finde ich so ein Fass was will der mich da und dahin leiten was soll denn der Dreck Spezialwegpunkt Spezialwegpunkt das ist Alter Alter der hat mir ernsthaft hier einen Spezialwegpunkt gemacht wie so auch immer ich muss meine 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 Kugel hier allen Ernstes immer bei mir haben ja sonst bin ich nutzlos ich bin ein nutzloser taktischer Magier oder meine Kristallkugel die Kristallkugel beobachtet dich immer weißt du was ich erzähle der Kristallkugel jetzt mal was oh toll jetzt haben sie Pfeile sie haben jetzt insgesamt neun Pfeile und sie schießen hiermit mehr als elf so was wir müssen die Magier zurückdrängen oh die Magier zurückdrängen ja toll ja oh ich bin Level 3 Level 4 bis wenn sie Pfeile abgeschossen hat sollte ich nicht eigentlich jetzt schon Level Up haben dadurch dass ich die ganzen Zombies hier abgeschlachtet habe oder kriegt man da kein XP doch aber nur minimal ist mäßig bekrägt von erfüllen von doch das ist ja blöd so warte gibt es nicht so ist wie zombie ist es eigentlich mit den Fähigkeiten Wunsch werden die stärker wie was denn wenn ich jetzt hier meine Fähigkeit verwende wodurch wird die stärker wodurch die Fähigkeit stärker wird ja muss ich die einfach nur weiter verwenden oder muss ich sagen Ausrüstungsgegenstände glaube ich ne ich mein kann man die skillen irgendwie oder bleibt immer gleich und steigert den Angriff nur mit dem Level aber irgendwas mit Strand toll ich höre dir nicht zu du im Witzchen du überforderst mir grad leicht tut mir leid ich glaub das mach ich auch bei Jens grad was da ich ihn überfordere durch doppeltes drücken einer beliebigen Richtung kann Angriffen von Feinden ausgewichen werden bei niedriga Ausdauer kann nicht teleportiert werden Achtung! Funktion! Stürbzombieee! Wartefuck! Das nimmt gar kein Ende! Das nimmt gar kein Ende nicht schön! Wow! Das sind aber viele Du hast sogar noch einen Boss-Fight Wie Spaß! Da werde ich garantiert drauf gehen Na! Das kann fast nicht bei dem Wieso nicht? Weil der so schwach ist noch Ja aber wenn ich den nicht angreife kann ich doch verrecken Ja! Fast nicht! Ich werde der Erste sein der bei diesem Gegner stürm Ach gibt's denn nicht sowas wie AOE Schaden? Was denn? Ich wart grad auf die und schau mal da war ja so abgefuckter YouTube Video so Okay Du hättest es vielleicht doch warten sollen mit dem äh Mit dem Tutorial Was? Du hättest es vielleicht doch mit dem Tutorial warten sollen So ich renne jetzt einfach durch Jetzt gehen wir die ganzen Gegenden hier auf den Sack Die Trefferpunkte sind niedrig Mit einem Heiltrank können sie wieder hergestellt werden Oh mit einem Heiltrank Oh mein Gott Oh da ist ne Kiste drin Da ist ne Kiste die will ich Ich schlucke eure Seelen Ich bin besser als der Soldat ich bin ausgewichen Jaaay Ach moment wie blöd ich kann es vergessen ich kann ja springen ja ich habe vergessen ich springen kann okay warte was ist das gravierte elfenbein teller ich habe einen teller gefunden das sind für ein dreck ich würde echt gerne so wie den aoe haben alle gibt es hier wahrscheinlich nicht direkt am anfang oh mein gott ein dummy gestell oh mein gott er stirbt gerade oh er wurde runter geschmissen von der brücke oh mein gott ein weiterer hässlicher dummy der vorbote stirb fett sack oh warte ne die sind ja nicht so fett ich habe mich gerade wo sich die ausdauer WTF geht doch oder ob oh meine ach nö jetzt bin ich auch noch aus seinem kampfrad ist rausgegangen so ein dreck was zum ficken was zum ficken ich muss noch mal wieder kurz rein starten okay weil irgendwas applaudiert die ganze zeit in meinem ohr drinnen irgendwas was applaudiert wunderbar durchführen ich möchte werden liegen ich lag gerade nicht danke spiel bis kurz abburtzeit oder was mhm Au, toll, Immun Ich lag gerade nicht, ich war in der Luft, danke Scheiße Au, gefreiter Friedrich Was auch immer Ich hab grad was vergessen, ah Was? Wie Neverwinter starten wollte, hab ich vergessen, nicht Scheiße da zu machen Weltschenscheiß? Dass Neverwinter sich nicht beim starten aufhängt Oh, warte, hier ist grad Patching im Gange Hä? What the fuck? Ist das gerade irgendwie... Serb antwortet nicht Sehr schön Was? Bei mir läuft grad ein Patch Das läuft nicht mehr, Pitch Ja, aber hier gerade der Server antwortet nicht 22 Sekunden Aber jetzt Der Server antwortet sowieso nicht, solange du den Patch noch nicht abgeschlossen hast Ach, das ist ja Scheiße Der geht eh schnell Ah, ich glaube ich hab mich grad geschnieden mit meiner Klinge Ja Die Protektor ist enclave Ja, voll der fetter Schnitt nach uns Ja Weiter zocken Okay, interessant ist, dass sie nicht alles übersetzt haben Wir machen nicht gerade so viel Wow Wie viel Watt? Ich hab grad Irgendeine Fähigkeit verwendet So warte mal Steuerung kann man hier irgendwie Die Steuerung Drücken Hindern Allgemein Ah Aber hier kann man... Ah doch hier Tastenbelegung Irr So Wo ist diese Kack F F F F hier 3 F Und in einer Minute und 30 Sekunden können wir miteinander spielen Wieso? Weil ich grad neu gestartet hab und erst mal dann die Stunts wechseln kann Und du bist auf Projekte es entglaubt 11 und ich bin auf Nummer 10 oben Ich glaub du kannst es auch schon machen Druck einmal M Ja Und du unten siehst du da Instanz wechseln oder? Ja Kannst du da drauf drucken Ja Dann geh zu mir, ich bin auf Projekte 10 Clive 10 Ja Hast du da drauf gedruckt? Ja Ja Wechsel ist grad Distanz Bin schon Ja Kannst du immer was du konkret hast Ich hab grad eine Mission erfüllt Ja Du bist immer noch Projekte sind gleich 10 Hm 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 Jetzt soll ich Soll ja auf 10 sein Da Da muss man die Sachen auch noch identifizieren ey Okay Drei Zwei Ein Nein So gibt's hier ne äh Oh So ist das also Okay Aha Ja Oh mein Gott eine Gruppe Oh mein Gott Ah So So Und die Folge ist Ich denke ich mach die jetzt alle 15 Minuten so um den Dreh Weil 10 Minuten ist doch ein bisschen wenig Ja Bei wie viel haben wir jetzt schon wieder 15 Ja Ja Von da her Hä Really Ja 15 15 Yay So So Gut dann Will ich sagen Bis zum nächsten Mal Und du irgendwelche Wünsche Penis Außer Penis Vagina Fuck you Zwei Du 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 Bis zum nächsten Mal.